Folge Tschüss oder so Ciao Und bis gleich Adios Und es geht auch schon weiter Hallo, wir sind natürlich immer noch in derselben Mine Wir haben uns hier gerade getroffen Wir haben diesmal nicht weitergebaut Es war ein Versehen Wir haben uns entschieden, dass wir Nicht weiterbauen Weil wir so ehrenhafte Menschen sind hauptsächlich Äh, ich geh mal da runter Da ist eine Oh Gott, oh mein Gott Was? Komm her, bitte, ich hab Angst Angst im Dunkeln Was ist das? I'm alone in the dark Wo bist du denn? Ähm, in der Ah, das ist ein ganz normaler kleine Spinnenspawner Oder ist sonst ein Spawner, aber Nicht sehr Wow Kopfloser Zombie mit Schaufel in der Hand Da hab ich jetzt Ja, kopfloser Zombie mit Schaufel Und der nächste Zombie kommt Konst 14, ich brauch hier ganz dringend Hilfe Jaa, ich, ich, ich muss erst das, äh Das war mal, äh, mal Das war mal Das war mal Self-Action Würde ich sagen Tja Gott, Freddy, du solltest vielleicht etwas vorsichtiger noch vorgehen Ja, vielleicht Ja, aber, ja, ok Hey, ich hab Rüstung von dir bekommen Du hast Rüstung schon gehabt Wirklich? Nein, hab ich nicht Ja, ich hab dein Zeug ist leider aufgesammelt Ich geb's dir natürlich eh zurück, sobald du da bist Soll ich bald kommen wieder, oder? Das hast du nie wiederbekommen Ja, wär schon gut Also, kommen Nicht mitnehmen Gut, äh, Konst 14, wo bist du? Ich bräuchte dich ja mal Ja, ich, ich, gerade noch zu exor Ja, dann mal fett Los Du kannst gleich nach rechts rauf, rauf, rauf laufen Ah, schon wieder ein Zombie Was? Ich schlag ihn tot Weil, das geht ja Ja, gut Ah, praktisch Also, wir werden uns irgendwann verirren Ah, jetzt hab ich die Schrittgeräusche von euch gehört Und das hat mich auch schon wieder voll erschrocken Amy? Los Äh, ja, ich weiß jetzt nicht, was alles deins war Auf jeden Fall das hier, das hier, das hier Ja, aber, naja Ja, aber ich hab es Das gehört auch nicht mehr Egal, ich geb dir einfach irgendein Zeug, damit du auch ein bisschen beladen bist Ja, aber nicht die Scheiße Und das hier für dich Mit die Sachen, die man kämpfen kann Ja, ich hab aber nichts, mit denen man kämpfen kann, von dir bekommen Nicht? Ich hab, äh Nichts, weil ich eine Spitzhacke Ich hab vier Spitzhacke mit Ähm, warte, du bist dort, ein bisschen was liegt vielleicht noch dort Ich weiß nicht, ob ich, also mein Inventar war voll Oh Okay, da oben ist wieder cooler Hochstoffe kannst du behalten Hallo Spinnen Oh, da liegen Ein Schwert fällt mir noch Genau Ja, das liegt dort Okay, wo? Ich geh ein bisschen nach vorne noch, es liegt dort Ganz sicher, nein, 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 dort nach vorne, dort liegt es Du hast es geschafft Gut, ich hab gleich keine Fackeln mehr Also, ähm, abhacken und so Äh, nee, mit dem Schwert geht das um Schwänzen Ja, aber das Schwert will ich nicht mehr brauchen Oh, okay Hier müsste irgendwo ein Spawner sein, auf jeden Fall Ja, das schaut aus Okay, da, da Ich hab ein Knochen aus großer Kreise Toll, ich bin vergiftet Ich auch Ich bin vergiftet Nein Gut, sichern wir mal von dieser Seite her ab Spinnen können doch Spinnnetze durch Ja, das ist irgendwie klar, oder? Ja, das ist irgendwie logisch, ja, ich weiß Oha Vergiften mich, so Giften Wird ich nicht vergiften Oh, nein, mein Schwert ist hinüber Hat jemand von euch ein Ersatzschwert für mich? Ich hab nur noch mein Felsenschwert, oder? Oh nein Aber ich hab ein paar Eisenbahnen hier Dann geh rauf und hol uns neue Schwerte, oder? Wird hat jemand Holz, dass ich mir was craften kann? Spinnen Holz hab ich hier, wenn du willst, aber Dann gib mir bitte ein wenig Holzstecken hab ich Ich crafte jetzt ein eigenes Oder ich kann einfach hier natürlich Holz abbauen, ich bin auch so klug Hier sind Stecken, hinter dir Jetzt hast du das... Ah, das Holzklötzchen, das ich für die Workbench brauche, aufgesammelt Hinter dir, Aim-Inase Ja, das sind Stöckchen, die brauche ich ja nicht Also ich dachte, ich wollte das drauf Ich brauche Klötzchen Ich krieg die rauf Au Kacke Du bist tot Ach du heilige Scheiße Und ein Skelett auch noch und ich bin unbewaffnet Ich bin auch tot Tja Raus Äh Also schwerst eindeutig die richtige Schwierigkeitsstufe für uns Ja Ist so gut So, haben wir noch Stöcke für ein Schwert, das wir uns wieder craften könnten, oder so? Ich hab' 8 Ich hab' 8 Ich hab' 8 Im Eisen Ja, genau, das ist Eisen Ähm... Hals wird mich nicht schnell runter Und wir sollen dann vielleicht irgendwann nicht mehr auf Schwerspielen Oder? Nein, ich hab' schon Ich bin nur ein bisschen dumm Wir sind nur ein bisschen dumm, das könnte zutreffen Ich zwei Das Eisen Ich lass' den voll für Eisen aus Ja Ist mir auch schon aufgefallen irgendwie Gut, wo muss ich jetzt hinlaufen, dass ich schnell dorthin komme wieder? Äh, rechts Da ist so ein Treppen aufgegangen Rechts Ah, das sind überall Spiele hin Ah, ja, da bin ich schon in der Kammer Wieso kämpfst du schon wieder mit einem Knochen? Du kämpfst mit einem Knochen? Wack, würde ich sagen Ich werd' noch ein paar Schwerte craften Oh, es ist hier viel zu undurchgänglich jetzt, dass man da kämpfen könnte mit den ganzen Stützen von diesen komischen Meinschaften Die Flage ist tot Brennen wir's ab Kann wir das abbrennen? Ah Dafür bräuchten wir Eisen noch Ah, jetzt bin ich auch vergiftet Kann man sich nicht irgendwie heilen? Mit Milch Nein Echt? Milch? Ich glaube, Milch heilt gegen Vergiftung, ja Okay, ich muss warten, bis ich wieder aufgeladen bin Obwohl ich kann nicht so lange warten, weil dann sind meine Sachen weg Ich mach' jetzt Hieronymo irgendwie rein, oder? Hieronymo, meinst du nicht Hieronymo? Nee, Hieronymo Hieronymo Ja, eben Das musst du doch verstehen Und Chiaku Ich hab' jetzt drei Eisenschwert und ein Feuerzeug Und die ganzen Sachen, ja So, ich brenn mich hier jetzt durch, geh lieber auf die Seite Ja, ich bin selten Gut, ich baue hier unten mal eine Workbench Toll, ich sterbe gleich Nein Hat noch jemand von euch was zu essen hier? Nein, ich hab viel Essen zu essen Ich hab' gar nichts zu essen Ich muss kurz kämpfen Ja, Ghostreader hat unsere ganzen Supplies, also unser ganzes Zeug Das wär' nett, wenn du mir was zu essen gibst Ja, wo bist du? Ah, da So, hier Dankeschön So, jetzt mach' ich da mal den Weg ein bisschen breiter, damit wir hier besser kämpfen können Ja, äh Wo machst du das, Eminazin? Ja, hier, ich schau' mal die Holzkühne weg Ach, du gänst? Nee, ich hab' nur Feuer dahin gesetzt Ich bin hier alles nieder Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ich brauch' alles zu jetzt da mit Stufen Ja, mit Stufen Mit Stufen Ich hab' Stufen Voll egal Brenn Alles Okay, wir kommen vorwärts Ja Ich muss wieder aufladen. Tja, fackeln wir alles ab, sicher eine gute Idee. Dann müssen wir wenigstens nicht da sein. Gut, ich will eigentlich irgendwo noch weiter runter kommen vielleicht. Hat jemand von euch mein Zeug aufgesammelt oder ist das weg? Achso, ja, ich wahrscheinlich. Tja, vor allem Fackeln brauche ich und irgendeine Spitzhacke, bitte. Ja, was gebe ich dir denn? Also mal das da und das da. Eine Eisenspitzhacke auch bitte. Jetzt fehlt uns eine Eisenspitzhacke, aber... Gut, und Fackeln vielleicht. Und Fackeln und die ganzen da. Also zwei. Zwei, wow. Die Stufen habe ich ja auch noch. Und das habe ich hier noch. Egal, ähm, dann nehme ich mir die Fackeln von hier und, äh, gehe irgendwo noch weiter runter. Oder? Noch weiter runter. Oder bauen wir einfach irgendwo kurz Kohle ab, dann könnte ich mehr Fackeln machen, das wäre irgendwie klug. Ja, ich habe... Ja, nein. Eine Spitzhacke von hinten und einen Creeper von vorne. Wo ist ein Creeper? Da hinten. Ahja. Steck fest. Sollten wir hier nicht zusperren irgendwie? Könnten wir, ja. Und dann gehen uns alle Hochstoffe. Wieso brennen eigentlich? Äh, äh, Spinnenfäden nicht. Soll ich den Spawner zerstören? Ja, wäre klug. Wir werden daraus nichts bauen, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das geht gar nicht wirklich. Was bringt uns? Wow, Spinne. Nein, jetzt sterbe ich wieder. Nein, 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 nein. Hey. Brenne. Hey, wie cool. Feuer. So. Effektiv. Ich traue mich jetzt mal alleine noch weiter runter, das ist ganz sicher klug. Wieso gehst du weg? Ja, weil ich eigentlich nur nach Redstone suche und sonst nach gar nichts. Sorry. Feuer. Feuer. Da ist ein Creeper. Ganz toll. Oh. So, die Zuseher sehen vermutlich gerade jetzt nichts, weil mein Bildschirm doch ein wenig dunkel war, aber... Du kannst im Notfall die Helllicht heraufstellen, bevor es niemand sieht. Natürlich. Okay, ich habe kein Schwert mehr. Oh, ich habe noch eins. Bleib stehen. Gut, hier ein bisschen Rückendeckung baue ich mir, womit ich mir natürlich auch meinen Rückzugs... Wow, Spinne aus dem Boden. Wie geht das denn? Die kam gerade aus dem Boden gesprungen. Oder vielleicht habe ich sie einfach übersehen oder so. Aber ich muss ja auch schon wieder einen Spawner kaputt machen. Okay, der Spawner ist jetzt auch zerstört und der Creeper. Ist noch nicht frei, aber warten wir kurz. Mit was baut man einen Spawner am besten ab? Ah, mit Spitzhacke, okay. Ah, mit Spitzhacke. Spitzhacke. Er brennt schon. Warte kurz. Ah, ja. Ich ziehe den an, falls er hier nochmal vorbeikommt. Ja, dann warten wir mal hier. Oh, er ist tot. Ey Minas, willst du nicht vorbeischauen? Ich will Redstone suchen. Du kannst unseren tollen Erfolg sehen. Ich habe auch gerade einen Spawner zerstört, alleine. Ja, aber wir waren viel cooler. Wir haben alles abgefackelt. Okay, ich sehe mir kurz noch euren Erfolg natürlich an. Ja, der ist weg. Ja, jetzt ist er schon weg. Wir haben alles abgefackelt. Wenn du uns verlassen hast. Was war das bitte für ein Zombie? Das war also euer Erfolg, okay. Ja, sie ist Jan. Dort hinten ist ein Creeper gefangen. Ah, zwei Creeper sind dort gefangen. Und man hört massenhaft Spinnen. Nicht wegen uns. Und da ist irgendein Zombie mit Rüstung. Der sich mit einem Schlag umgebracht hat. Wow, der hat eine Goldbahn dabei. Das ist das Zombie. Ja, das ist anscheinend ein stärkeres Zombie als das andere. Wow, da kommt schon wieder ein Zombie. Ein komischer Zombie. Oder irgendein korrupter Dorfbewohner. Irgendwer hat der komisch ausgesehen gerade. Korrupt. Sicher korrupt. Ja, korrupt oder keine Ahnung wie man das nennt. Böse geworden. Was gibt es denn für einen Fachausdruck für böse? Äh, evilös. Evilös? 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 Was? Ein evilös. Evilös. Ne, keine Ahnung. Der evilöse Zombie versucht ihm in mein Leben zu rauchen. Ein evilöser Creeper kommt gerade. Nooo. Au, Skelett. Also ich sag immer Au, auch wenn sie mich noch gar nicht treffen. Aber ich sag einfach mal Au so. Also im Vorrat. Ja, im Vorrat schon mal. Spiegelneuronen. Spiegelneuronen. Sind sowas von fürn Arsch. Ja, das ist Fauna. Das ist Fauna. Hallo ihr seid direkt neben mir obwohl wir irgendwo hingegangen sind alle. Da ist nicht wie... Ja, das ist Fauna. Ich kann gar nichts ein. Stapel. Ich mag alles haben. Karbonen. Wow, das sind ja tausend Millionen Spinnen. Wieso sagt ihr mir nichts? Ja. Ich hab's ja nicht gesehen. Aua. Tja, äh, halbes Leben und Ding noch und das ist vergiftet. Da ist noch ein Ding. Kannst du von euch noch essen? Ich hab Essen, ja. Bitte Versus muss ich Zombiefleisch essen. Na egal, ich... Oh, Zombie, wenn mich der einmal schlägt bin ich im Arsch. Also ähm, ich meine natürlich tot. Ja, klar. Naja. So, jetzt müsste es hier genug sein hier. So. So, fuck your rage. Egal, jetzt esse ich mal Zombiefleisch damit ich irgendwas gegessen habe. Götter Moosstein. Brauchen wir den? Aber daraus hier könnten wir uns eine tolle Zombiefalle bauen. Die Frage ist, was bringt uns das? Weil endlose Supplies von Zombiefleisch ist irgendwie... Ja, dann bekommt man XP jetzt auch, oder? Ja schon, aber so eine XP-Maschine bauen, damit wir dann unseren Level hochcheaten können, wollen wir das? Also natürlich wollen wir das, aber äh... Sollen wir das wirklich machen? Manchmal würde ich das mit einem Skelett-Ding machen, weil dann haben wir auch endlos Pfeile und können mit Pfeil und Bogen... Das Skelett-Ding ist in der Nähe. Dann können wir mit Pfeil und Bogen was ausrichten. Das sind zwei Spawner. Das sind zwei, das gibt ja nicht. Auf einmal. Wo sind wir hier gerandet? Wow. Ich sterbe gleich. Nein. Ich sterbe. Das sind so viele. Das sind so viele. Ich renne mal alles nieder jetzt. Ein Spawner ist kaputt. Feuer. Ein Spawner? Das ist der fünfte. Ja, aber ich meine, einer von den zwei, die hier waren, habe ich gerade... Ja, egal. Ja, ja, ja. Ich wollte nur meine eigenen Erfolge anpreisen, aber... Anpreisen ist auch gut. So, und jetzt stirbst du Spinne. Und damit können wir so viele Bögen craften, dass wir das restliche Display überdurchgehend schießen können. Genau. Ja. Aber wir müssen unbedingt noch Redstone finden, sonst war die ganze... Und die Folge wieder aus. Äh, schon wieder. Wow. Ja. Die Folgen sind zu kurz. Wie lange sind die gerade? 15 Minuten? Äh, 15 Minuten. 15 Minuten. 15. Machen wir auf 20? Nein. Na, okay, lassen wir es halt bei 15. Es muss sowieso Emina sie rendern und hochladen, sonst kann sie gar sein. Ja, aber ich glaube, 15 Minuten sind am besten. Ja. Okay. Nun gut, dann ist die Folge also schon wieder aus und bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss.